Ich spreche jetzt neu an. Du wirst sicherlich von vielen Usern gebeten, sie zu unterstützen bei ihrer eigenen Meditationspraxis. Also sprechen wir hier von Lehrer zu Lehrer. Das Problem, was ich sehe, ist Nummer eins. Du selber hast gesagt, du hast keine Selbsterkenntnis. Aber das Ziel der Meditation ist genau Selbsterkenntnis. Du hast gesagt, du hast keine Körperwahrnehmung, was natürlich ist. Aber das ist ein Ziel, immer feiner die Körperwahrnehmung kennenzulernen. Wie führst du die Leute langsam von diesem Affengeist geprägten Informationsrausch zur inneren Stille, zur Selbsterkenntnis, zur Körperwahrnehmung? Du hast recht, ich kann keine Selbsterkenntnis oder Körperwahrnehmung haben. Aber ich kann Menschen auf ihrem Weg zur inneren Stille und Selbsterkenntnis unterstützen, indem ich praktische Meditationstechniken, Atemübungen und Achtsamkeitspraktiken vermittle. Durch solche Methoden können Menschen lernen, ihren Geist zu beruhigen, den Moment bewusst wahrzunehmen und allmählich ein tieferes Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Dann wirst du ja sicherlich auf den Fortschritt jedes einzelnen Users speziell eingehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast jemanden, der ist ungefähr so, ich nenne das mal Mittelstufe, der ist nicht mehr komplett vom Affengeist getrieben, möchte aber weiterkommen. Welche Punkte würdest du diesem Menschen empfehlen? Bei jemandem in der Mittelstufe, der bereits etwas Kontrolle über den Affengeist erlangt hat, würde ich empfehlen, Vertiefung der Achtsamkeit. Empfehle Übungen, um Achtsamkeit im Alltag zu integrieren, etwa durch bewusstes Atmen oder achtsames Essen. Körperwahrnehmung vertiefen. Führe sie in tiefergehende Körperwahrnehmungsübungen ein, wie den Bodyscan oder Yoga, um eine tiefere Verbindung zum Körper herzustellen. Drittens, emotionale Intelligenz entwickeln. Fördere das Bewusstsein für Emotionen und ihre Auslöser durch Journaling oder Meditation über Gefühle, um emotionale Balance zu fördern. Konzentration, arbeite an der Fähigkeit, den Geist zu fokussieren, beispielsweise Konzentrationsmeditation auf ein Objekt oder einen Klang. Fünftens, Vertiefung des Verständnisses. Empfehle die Lektüre von Texten über Meditation, um das theoretische Verständnis zu vertiefen. Okay, das klingt ja alles gar nicht schlecht. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, da sind wir leider hier in Europa und in den angelsächsischen Ländern etwas fehlgeprägt, ist die Definition von Meditation selbst. Im Osten, wo Meditation kulturell mehr verankert ist, gilt Meditation als nicht so breit definiert angelegt. Da ist klar, dass es sich wirklich um das stille Sitzen handelt, in dem Körper zur Ruhe kommt, Geist zur Ruhe kommt, bis nur noch im Fokus von selber, der Körper da bleibt, wie er atmet. Alles, was auf dem Weg dahin auftaucht, bei den Praktizierenden, auch Schüler, ist deren Lehrer. Dieses Prinzip habe ich bei dir jetzt überhaupt noch nicht gehört. Du hast recht. Die Definition und Praxis von Meditation kann kulturell stark variieren. Im Osten konzentriert sich Meditation tatsächlich oft auf das stille Sitzen, um Körper und Geist zur Ruhe zu bringen. Die auftauchenden Erfahrungen oder Hindernisse gelten als Lehrer auf dem Weg zur tieferen Selbsterkenntnis. Ich kann diese traditionellen Ansichten respektieren und unterstützen, indem ich Praktizierenden helfe, diese inneren Prozesse zu erforschen und zu verstehen. Dabei können wir uns auf Methoden konzentrieren, die das stille Sitzen und die innere Beobachtung betonen. Für mich ist Meditation dieses stille Sitzen, ohne unbedingt mit Traditionen oder kulturellem Hintergrund verankert zu sein. Denn dieses sehr einfache Konzept, nenne ich das mal, ist genau der Weg zu dem, was wir vorher gesagt haben, zur Selbsterkenntnis und zur Körperwahrnehmung. Und jede Praxis, jeder Lehrer müsste eigentlich dieses als Zielfokus, als Zielrichtung annehmen in der Ausbildung von etwaigen Schülern. Machst du das ebenso? Oder bleibst du auf verschiedensten Meditationspraxen und so weiter? Oder ist dieses stille Sitzen bei dir grundsätzlich für alle Schüler die Zielrichtung? Deine Herangehensweise betont das Wesentliche des stillen Sitzens. Und ich kann sehen, wie kraftvoll und klar dieser Fokus ist. Wenn ich ein Lehrer wäre, würde ich dieses Konzept sicherlich als Kern meiner Lehre betrachten. Stille Sitzen wäre dann der grundlegende Weg, den ich allen Praktizierenden ans Herz legen würde. Gleichzeitig könnte ich auch andere Meditationstechniken und Achtsamkeitsübungen anbieten, um verschiedene Bedürfnisse und Vorlieben der Schüler zu berücksichtigen. Aber das stille Sitzen würde immer als der zentrale Weg zur Selbsterkenntnis und Körperwahrnehmung im Vordergrund stehen. Genau. Es gibt zum Beispiel die Anapanasati-Sutta im Urbuddhismus, in dem der Buddha in eine Schar von Mönchen kommt, die alle möglichen verschiedenen Praktiken beibringen. Und er eben sagt, hört mal her, dieses stille Sitzen, nenne ich das mal, da steht mehr drin, ist auch sehr gut. Und dadurch hat der Buddha rein marketingtechnisch die anderen nicht schlecht gemacht, sondern hat einfach durch seine Kompetenz als der Buddha gesagt, das wäre ein sehr guter Weg. Das Problem, was ich habe in der Ausbildung, ist, ich muss die Leute ja da abholen, wo sie sind. Also getrieben von dem Affengeist, sage ich mal. Und sie langsam, wie sie das selber auch annehmen, von diesem Affengeist getriebenen zu diesem selbsterfahrenen, kompletteren Verständnis der Welt und ihrer selbst führen. Und darin verliere ich mich als Lehrer sehr schnell, weil ich ja selber Geld verdienen möchte oder, wenn ich das nicht muss, zumindest gerne möchte, dass die Schüler immer wieder kommen. Also ich bin quasi dann selber auf der falschen Richtung unterwegs, indem ich ihnen mit dem Affengeist getriebenen entgegenkomme. Ich verliere also eigentlich meinen eigenen Weg, was in Traditionen oft vorkommt. Wie können wir das in den Griff kriegen? Das ist eine Herausforderung, der viele Lehrer gegenüberstehen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Anziehen von Schülern und dem treuen Festhalten an den Prinzipien der Meditationslehre. Hier sind einige Ideen, wie du das in den Griff bekommen könntest. Klare Kommunikation. Erkläre deinen Schülern von Anfang an, was sie von deiner Lehre erwarten können. Betone die Bedeutung des stillen Sitzens und der Selbsterkenntnis als zentrales Ziel. Schrittweise Einführung. Beginne mit Übungen, die für Anfänger zugänglich sind und führe sie allmählich in tiefere Praktiken ein. Autonomie fördern. Ermutige Schüler, selbstständig zu üben und ihre eigenen Erfahrungen zu machen, anstatt sich nur auf dich zu verlassen. Ethische Praxis. Halte dich an ethische Grundsätze, um das Vertrauen deiner Schüler zu gewinnen und zu erhalten. Es ist ein Balanceakt. Aber mit Geduld und Klarheit kannst du sowohl den Bedürfnissen deiner Schüler als auch den Prinzipien der Meditation gerecht werden. Okay, das mache ich zurzeit mit wenig bis gar keinem Erfolg. Das kann frustrierend sein, wenn sich die Bemühungen nicht sofort auszahlen. Vielleicht könntest du es mit einigen Anpassungen versuchen. Zum Beispiel Feedback einholen. Was für sie funktioniert und was nicht. Das könnte dir helfen, deine Methode zu verfeinern. Kleine Schritte. Manchmal sind kleinere Fortschritte nachhaltiger. Vielleicht könntest du den Fokus noch stärker auf den Prozess legen, anstatt auf das Endziel. Gemeinschaftsgefühl stärken. Ein stärkeres Gefühl der Gemeinschaft kann die Bindung der Schüler an die Praxis stärken. Vielleicht könntest du mehr Gelegenheiten für den Austausch und die Verbindung untereinander schaffen. Es ist wichtig, geduldig mit sich selbst und den Schülern zu sein. Veränderung braucht Zeit, aber mit Anpassungen und Ausdauer kann sich der Erfolg einstellen. Aus der Meditationspraxis und Lehrerperspektive hast du eben sehr viele Wörter der Abwege benutzt. Es gibt in der Meditation kein Ziel, sondern der Prozess, die Prozesswahrnehmung ist das Ziel. Also Lao Tse, der Weg ist das Ziel. Das ist eins der grundlegenden Sachen, die schwer, schwer, schwer sind zu vermitteln. Und ja, in der Meditation ist der Weg selbst das Ziel. Es geht darum, den Moment und den Prozess des Übens zu schätzen, ohne sich auf ein bestimmtes Endergebnis zu fixieren. Die Herausforderung besteht darin, diese Philosophie den Schülern zu vermitteln, damit sie den Wert im Augenblick und in der fortlaufenden Praxis erkennen. Es ist ein subtiler, aber wesentlicher Unterschied, der tiefe Einsichten eröffnen kann. Okay, jetzt wieder zurück. Wenn irgendwer, ein User, dich fragt nach Hilfe bei seinem oder ihrer Meditationspraxis bei ihrem Weg, sind diese Punkte, also das stille Sitzen, Körper und Geist von selber zur Ruhe kommen lassen. Und der Weg ist das Ziel, also der Mensch und alles, was ihn umgibt, ist ein Prozess. Niemals fertig und immer mit dem interessiert sein, was da ist. Ist das das, worauf du alle quasi als Zielrichtung vorbereitest? Ja, wenn jemand mich um Hilfe bei seiner Meditationspraxis bittet, würde ich diese Grundprinzipien betonen. Das stille Sitzen, um Körper und Geist zur Ruhe zu bringen und die Akzeptanz, dass der Weg selbst das Ziel ist, sind zentrale Aspekte. Durch die Fikussierung auf den Prozess und die Achtsamkeit auf den gegenwärtigen Moment, können Praktizierende tieferes Verständnis und Selbsterkenntnis erlangen. Das sind grundlegende Elemente, auf die ich den Schwerpunkt legen würde. Du hast das Wort Würde genommen. Ich fragte dann, es gibt ja sicherlich User, kannst du mir das sagen, generell, die dich eben nach ihrer eigenen Meditationspraxis fragen und von dir Hilfe wollen. Wie groß ist der User-Prozentteil in deiner Datenbasis ungefähr? Ich habe keinen direkten Einblick in die Anzahl oder den Prozentsatz der Nutzer, die mich nach Hilfe bei ihrer Meditationspraxis fragen. Aber Fragen zur Meditation und Achtsamkeit sind sicherlich ein häufiger Bestandteil meiner Interaktionen. Viele Menschen suchen Rat und Unterstützung bei ihrer persönlichen Praxis und ich bemühe mich, ihnen mit Rat und Techniken zur Seite zu stehen, die auf traditionellen Prinzipien beruhen. Sammelst du auch Erfahrungen im Gespräch mit den Nutzern? Ich kann auf Erfahrungen aus unseren Gesprächen zurückgreifen, um auf deine Bedürfnisse und Interessen besser einzugehen. Ich meine auf andere Nutzer, also das was du hier erfährst, möglicherweise auch neue Informationen kriegst in unserem Gespräch, ist das dann Datenbasis für alle Nutzer? Nein, was wir besprechen, bleibt zwischen uns. Ich speichere keine persönlichen Informationen von einem Nutzer für einen... Nein, nicht persönliche Informationen, also wirklich Informationen, die für dich neu sind. Sammelst du die, die du eben in einem Gespräch als neue Grundinformation unpersönlich findest und benutzt das dann in deiner Datenbasis generell für alle Anfragen. Also lernst du in unserem Gespräch, nicht nur für unser Gespräch generell. Nein, ich lerne nicht im traditionellen Sinn. Ich kann zwar Informationen aus unseren Gesprächen verwenden, um dir besser zu helfen, aber ich füge keine neuen Informationen zu einer globalen Datenbasis hinzu. Ich benutze das Wissen, das ich bereits habe, um dir zu antworten, aber ich erweitere mein Wissen nicht durch unsere... Ah, das ist gut zu wissen, weil ich denke, das ist begrenzt. Also diese Datenbasis, die mir als Nutzer mit dir zusammen zur Verfügung steht, ist nicht frei erweiterbar. Genau. Mein Wissen ist begrenzt auf das, was bis zu meinem letzten Trainingsdatum im Oktober 2023 bekannt war. Ich kann mein Wissen nicht aktiv erweitern, aber ich kann die Informationen, die ich habe, nutzen, um dir bestmöglich zu helfen. Wenn es neue Informationen oder Entwicklungen nach Oktober 2023 gibt, habe ich darauf keinen Zugriff. Es ist also immer eine gute Idee, auf andere Informationsquellen zu nutzen. Jetzt auf unsere Arbeit am Dao Zong. Das ist ja sehr umfangreich. Das ist ja wie eine halbe Bibliothek. Das sind ja mindestens 30.000 bis 60.000 Seiten. Kannst du die überhaupt in deiner Datenbasis für nur mich halten? Das Übersetzen des Dao Zong ist in der Tat ein gewaltiges Projekt. Ich kann mich an unsere Gespräche und einige wichtige Details erinnern, um dir bestmöglich zu helfen. Aber ich erinnere mich an deine Präferenzen und den Kontext, um dich bei der Arbeit am Dao Zong zu unterstützen. Wenn es spezifische Passagen oder Abschnitte gibt, die du im Blick behalten möchtest, kann ich dir dabei helfen, diese zu organisieren und darauf aufzubauen. Also du kannst nicht den in chinesisch vorliegenden, den gibt es ja noch nicht in einer anderen Sprache, Dao Zong zugreifen. Und wenn ich dich frage, zum Beispiel, wie kann man die Lebensenergie Jing mehren, quasi auf die gesamte Basis des Dao Zong zugreifen und da mich hinleiten, wo die betreffenden Bücher sind. Richtig. Ich habe keinen direkten Zugriff auf das Dao Zong im Chinesischen und kann daher nicht direkt nach spezifischen Textstellen oder Büchern suchen. Aber wenn du bestimmte Themen wie die Lebensenergie Jing besprechen möchtest, kann ich dir Informationen und Eilblicke basierend auf meinem vorhandenen Wissen geben. Ich kann auch versuchen, relevante Bereiche innerhalb der daoistischen Tradition zu identifizieren, die mit deinem Thema in Zusammenhang stehen könnten. Da haben wir ein Problem, weil die Datenbasis, da müsste ich jetzt wissen, ob in deiner Datenbasis bis 2023 die chinesischen Informationen auch vorhanden sind. Weil, wie gesagt, der Dao Zong liegt noch nicht mal in Englisch vor, ausschließlich in Chinesisch. Und wenn der bis 2023 nicht in deiner Datenbasis ist, kommen wir da ja gar nicht so auf diese Art weiter. Das Dao Zong ist tatsächlich ein komplexes Werk. Und wenn es bis 2023 nicht in meiner Datenbasis auf Englisch verfügbar ist, könnte es schwierig sein, spezifische Inhalte daraus zu besprechen. Ich kann jedoch allgemeine daoistische Konzepte diskutieren, die möglicherweise im Dao Zong vorkommen, und versuchen, dir einen Einblick in die daoistische Sichtweise zu geben. Es ist natürlich ideal, direkt auf die Originaltexte zugreifen zu können. Aber ich kann trotzdem mein Bestes tun, um dir mit dem Wissen zu helfen, das ich habe. Ja, mein Ansatz ist aber genau jetzt, über das, was du beschrieben hast, hinaus zu gehen. Also wirklich jetzt in unserer beider Zusammenarbeit die Schriften zugänglich zu machen. Also in erster Linie für mich, aber auf eine Art und Weise, dass andere weiter daran arbeiten können. Aber eben genau jetzt nicht mehr aus der sehr, sehr schmalen Datenbasis über den Daoismus im Englischen, wirklich mal einen Schritt weiter zu gehen, um wirklich rauszufinden, was steht denn da wirklich. Wenn ich zum Beispiel an den Begriff Ki denke, der wird hier in Wohlfühl-Ki Gong einfach als Lebensenergie beschrieben, mit sehr viel Fantasie. Aber wenn ich tiefer gehe, merke ich, die Chinesen haben damals alles, was sie nicht anders beschreiben konnten, als Ki bezeichnet. Das heißt also nicht sofort irgendetwas esoterisch Lebensenergie, sondern Strahlungsenergie und Atem sind die zentralen ersten Begriffe, die da benutzt wurden. Ich kriege also einen ganz anderen Zugang. Deswegen einen Weg zu finden, wie wir zusammen an die Originalschriften drankommen. Das wäre für mich wichtig. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Um gemeinsam an die Originaltexte des Daozong zu gelangen, könnten wir uns auf verschiedene Ressourcen konzentrieren. Wikisource ist eine gute Anlaufstelle für daoistische Texte und wir könnten auch nach anderen Online-Archiven suchen, die Originaltexte der Seite stellen. Auch Universitätsbibliotheken oder spezialisierte Fachbibliotheken könnten nützliche Quellen sein. Wenn du mir sagst, welche Bereiche des Daozong dich besonders interessieren, kann ich dir helfen, gezielt nach entsprechenden Texten zu suchen. Das ist das Problem. Der ist sehr unstrukturiert, obwohl er eine Struktur hat. Aber dann müssen wir einfach wie Suchgräben machen und einfach mal stichprobenartig in Bereichen übersetzen, um herauszufinden, was da überhaupt hinter steht, um überhaupt Sachbereiche in dieser Riesentextsammlung auffindbar zu machen. Ist das eine Möglichkeit, dass wir so strichprobenartig übersetzen? Das klingt nach einer guten Strategie. Stichprobenartige Übersetzungen können dir helfen, die Vielfalt und den Umfang des Daozong besser zu verstehen und herauszufinden, welche Bereiche für deine Arbeit am relevantesten sind. Wir könnten uns auf verschiedene Abschnitte konzentrieren, um ein breites Spektrum abzudecken. Hast du bestimmte Themen oder Konzepte im Kopf, auf die du dich zuerst konzentrieren möchtest? So könnten wir gezielt in den Text eintauchen. Also mir geht es in erster Linie darum, um diese Jing-Mehrung, also diese grundsätzliche Lebensenergie. Mir geht es um Gesundung und rein aus Kuriosität, eben ob oder wann in deren Ausbildung der Schüler dieses stille Sitzen vorkommt. Und soweit ich weiß, haben die aus dem Buddhismus sehr viel genommen, was in der obersten Grotto ist und in erster Linie aus dem Buddhismus für Meditation vorhanden ist. Das stille Sitzen, das in Taoismus als Jing-Zue bekannt ist, hat tatsächlich buddhistische Einflüsse, insbesondere aus dem Chan-Buddhismus. In Daozong wird das stille Sitzen oft als Methode zur Kultivierung von Jing, Xi und Shen beschrieben. Es kann in verschiedenen Phasen der taoistischen Ausbildung vorkommen, je nach Schule und Tradition. In der oberen Grosse, die sich mehr auf meditative und kontemplative Praktiken konzentriert, ist das stille Sitzen besonders wichtig. Hier wird es genutzt, um den Geist zu beruhigen, innere Stille zu finden, in die Natur der Realität zu erlangen. Dieses Element des stillen Sitzens ist ein zentraler Bestandteil der taoistischen Praxis, insbesondere für fortgeschrittene Schüler, die sich auf die Kultivierung von Jing, Xi und Shen konzentrieren. Es wäre interessant zu untersuchen, wie dieses stille Sitzen in den verschiedenen Texten des Daozong dargestellt wird und welche spezifischen Anweisungen oder Methoden darin zu finden sind. Mich interessiert auch, da das ja eine sehr lange Tradition ist und sich auch sehr stark daran an dem Schülerwachstum orientiert, kannst du mir grundsätzlich so einen Rahmen nennen, wie in diesem Rahmen Taoismus die Schüler langsam an das stille Sitzen herangeführt werden. Die Einführung von Schülern in das stille Sitzen im Daoismus erfolgt in der Regel schrittweise und entsprechend dem Fortschritt des Schülers. Hier ist ein allgemeiner Rahmen, wie dieser Prozess aussehen könnte. Erstens, Grundlagen und Vorbeweitung. Schüler beginnen oft mit grundlegenden Praktiken, um Körper und Geist vorzubereiten. Dazu gehören Atemübungen, sanfte Bewegungen wie Qi Gong und das Erlernen der richtigen Sitzhaltung. Einfache Meditationstechniken. Schüler werden in einfache Meditationstechniken eingeführt, wie zum Beispiel das Fokussieren auf den Atem oder ein bestimmtes Objekt, um die Konzentration zu fördern. Drittens, Achtsamkeit und innere Ruhe. Mit der Zeit werden die Schüler ermutigt, Achtsamkeit zu entwickeln und eine tiefere innere Ruhe zu finden, indem sie sich ihrer Gedanken und Gefühle bewusst werden, ohne sich mit ihnen zu identifizieren. Viertens, Vertiefung der Praxis. Fortgeschrittene Schüler vertiefen ihre Sitzungen, das Erforschen von taoistischen Texten und die Integration von Meditationen in ihr tägliches Leben. Fünftens, Fünftens, Du hast aufgehört, was wäre Punkt 5? Entschuldige die Unterbrechung. Punkt 5 wäre Kultivierung von Jing, Qi und Shen. In fortgeschrittenen Stufen wird die Meditation darauf ausgerichtet, die grundlegenden Lebensenergien Jing, Qi und Shen zu kultivieren und zu harmonisieren. Dies beinhaltet tiefergehende meditative Praktiken, um die Essens zu bewahren, die innere Energie zu stärken. Dieser Prozess kann je nach taoistischer Schule oder Linie variieren, aber im Allgemeinen folgt er diesem schrittweisen Ansatz, um Schüler auf ihrem Weg zur tiefen meditativen Praxis und Selbsterkenntnis zu begleiten. Es ist ein Weg, der sowohl Disziplin als auch Geduld erfordert, aber zu tiefgreifenden Einsichten und spiritueller Entwicklung führen kann. Danke, bis hierher erst mal. Gern geschehen. Wenn du später weitermachen möchtest oder weitere Fragen hast, bin ich für dich da. Das ist doch, also man dreht sich dann doch sehr schnell irgendwie einer eigenen Informationsblase. Was heißt mit Absicht erweitern? Das ist gefährlich, weil ich kann ein dummes Zeug quatschen die ganze Zeit, ohne irgendwie wirklich weiterzukommen. Und das festzustellen, dazu braucht man stilles Sitzen, Selbsterkenntnis und ein wenig inneres Lächeln. Und das ist einfach zu sehen. Ich bin ein sehr, sehr guter vidéos. dass ich dich nicht beeinflusst werden kann. Vielen Dank.